Die ersten Vorbote vom Hype um den nächsten Batman-Film machen sich langsam in den Produktkatalogen von verschiedenen Anbietern breit. Dieser MP3-Player mit einem Gigabyte-Speicher ist aber nicht nur hässlich, sondern wahrscheinlich genauso wie die passenden Kopfhörer dank seiner Form auch entsprechend unbequem. Die Dueling Space Marine Copters sind wie die beliebten Mini-Helikopter per Fernbedienung steuerbar. Zusätzlich schiessen sie auf Kommando mit einem Infrarotsignal auf andere Mini-Roboter und stürzen nach drei Treffer ab. So lassen sich im Wohnzimmer spannende Luftduelle durchführen. Das Set mit zwei Space Marine kostet um die 50 Franken. Das ist einmal ein ferngesteuertes Auto, das sogar bei mehreren mächtigen Kaufdrang auslöst. Eine Kamera überträgt die Sicht des Rennfahrers kabellos auf eine Bildschirmbrille und ein Sensor leitet die Bewegungen vom Kopf als Steuersignal an die Kamera. Sogar der Sound wird im Stereo an die Kopfhörer übermittelt. So ist man plötzlich selber zu mitten im Rennen. Bis jetzt in der Schweiz noch nicht erhältlich, das komplette System soll aber für knapp 1'000 Franken zu haben sein. Die Musik von Köln Für alle von unseren über 180'000 Hotels übernachten, müssen Sie 493 Jahre, 1 Monat und 3 Wochen Ferien haben. Sie können natürlich auch nur eine Nacht in einem Hotel anklicken. Hotel.ch – einfach günstiger buchen.